GM Factory präsentiert Der König in Gelb von Robert W. Chambers Gelesen von Gregor Schweitzer Der König in Gelb von Robert W. Chambers erschienen im Fester Verlag, aus dem Amerikanischen von Andreas Diesel. Copyright der Deutschen Übersetzung Fester Verlag, Borsdorf bei Leipzig Die Jungfer dies Drei Dinge gibt, die sind zu wundervoll für mich, ja vier, die ich nicht kenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf einem Fels, der Weg eines Schiffes auf hoher See und der Weg eines Mannes mit einer Maid. Die schiere Einsamkeit der Umgebung begann sich auf mich auszuwirken. Ich setzte mich, um der Situation ins Auge zu blicken und mir, wenn möglich, einen Orientierungspunkt ins Gedächtnis zu rufen, der mir helfen mochte, mich aus meiner gegenwärtigen Lage zu befreien. Könnte ich doch nur das Meer wiederfinden, dann würde sich alles klären, denn ich wusste, dass man von den Klippen aus die Insel Groas sehen konnte. Ich legte mein Gewehr ab, kniete mich hinter einen Felsen und zündete mir eine Pfeife an. Dann sah ich auf die Uhr. Es war fast vier. Seit Anbruch des Tages hatte ich auf meiner Wanderung von Curselec gewiss schon eine beträchtliche Strecke zurückgelegt. Als ich tags zuvor mit Gulwen auf den Klippen unter Curselec stand und die finsteren Moore überblickte, in denen ich mich nun verlaufen hatte, waren mir diese Niederungen soeben wie eine Weide erschienen, die sich am Horizont erstreckte. Und obgleich ich wusste, wie trügerische Entfernungen sein können, hatte ich nicht erkannt, dass das, was von Curselec aus wie Grasmulden wirkte, große Täler voll Stechginster und Glockenheiden waren und die verstreuten Geröllbrocken in Wirklichkeit gewaltige Klippen aus Granit. »Das ist ein schlechter Ort für einen Fremden«, hatte der alte Gulwen gesagt. »Sie nehmen besser einen Führer mit.« Und ich hatte entgegnet. »Ich werde mich schon nicht verlaufen.« Nun wusste ich, dass ich mich verlaufen hatte, während ich rauchend dasaß und mir der Meereswind ins Gesicht blies. Auf jeder Seite erstreckte sich das Sumpfland, bedeckt mit blühendem Ginster und Heidegras und Granitbrocken. Weit und breit war kein Baum zu sehen, geschweige denn ein Haus. Nach einer Weile nahm ich mein Gewehr, wandte der Sonne den Rücken zu und marschierte weiter. Es war wenig sinnvoll, einem der rauschenden Ströme zu folgen, die dann und wann meinen Pfad kreuzten, denn anstatt ins Meer zu fließen, verliefen sie landeinwärts in schilfige Teiche in den Niederungen des Moors. Ich war mehreren davon gefolgt, doch sie alle hatten mich zu Sümpfen oder stillen kleinen Becken geführt, von denen sich Schnäpfen kreischend erhoben und von Furchtergriffen davon flatterten. Ich begann müde zu werden, und das Gewehr rieb meine Schulter trotz des doppelten Polsters wund. Die Sonne sank tiefer und tiefer, schien gleichmäßig über den gelben Ginster und die Teiche im Moor. Beim Gehen führte mich mein eigener riesiger Schatten, der sich bei jedem Schritt zu vergrößern schien. Der Ginster kratzte an meiner Überhose, knirschte unter meinen Füßen, bedeckte den braunen Erdboden mit Blüten und das Farnkraut neigte und wog der am Wegesrand. Aus Glockenheidenbüschen sprangen Hasen über den Farn und im Sumpfgras hörte ich das schläfrige Quaken der Wildenten. Einmal schlich ein Fuchs über meinen Weg und als ich aus einem dahin eilenden Rinnsaal trank, flatterte ein Reier mit schwerem Flügelschlag aus dem Schilf neben mir. Ich wandte mich um und sah zur Sonne. Sie schien den Rand der Ebene zu berühren. Als ich endlich einsah, dass es sinnlos war, weiterzugehen und dass ich mich an den Gedanken gewöhnen musste, zumindest eine Nacht im Moor zu verbringen, warf ich mich völlig erschöpft zu Boden. Das abendliche Sonnenlicht fiel in schrägen Strahlen warm auf meinen Leib, doch der Meereswind begann zu wehen und ich spürte, wie mich von meinen nassen Jagdstiefeln ausgehend ein Kälteschauer durchzog. Hoch über mir flatterten und schwirrten Möwen wie fetzen weißen Papiers. In einem weit entfernten Sumpf schrie ein einsamer Brachvogel. Nach und nach versank die Sonne hinter der Ebene und das Himmelszelt erstrahlte im Abendrot. Ich sah zu, wie der Himmel sich von fahlstem Gold zu rosa und dann zu schwelendem Feuer wandelte. Wolken von Mücken tanzten über mir und hoch in der stillen Luft schwebte eine Fledermaus. Meine Augenlider wurden schwer. Als ich dann die Schläfrigkeit abschüttelte, schreckte mich plötzlich ein Krachen im Farn auf. Ich sah auf. Ein großer Vogel hing zitternd über meinem Gesicht. Einen Moment lang starrte ich ihn an, unfähig mich zu regen. Dann hüpfte im Farnkraut etwas an mir vorbei und der Vogel erhob sich, wirbelte herum und stürzte sich kopfüber ins Gesträuch. Binnen einer Sekunde war ich auf den Beinen und spähte durch den Ginster. Aus einem Heidebusch in der Nähe drangen Laute eines Kampfes. Dann war alles still. Ich schritt voran, das Gewehr im Anschlag, doch als ich das Heidegras erreichte, fiel der Gewehrlauf wieder unter meinen Arm und ich stand reglos in stummer Verwunderung. Ein toter Hase lag auf dem Boden und auf dem Hasen stand ein prächtiger Falke, eine Klaue im Nacken des Geschöpfs vergraben, die andere fest auf der schlaffen Flanke postiert. Was mich jedoch am meisten erstaunte, war nicht der Anblick eines Falken auf seiner Beute. So etwas hatte ich mehr als einmal gesehen. Doch der Falke trug an beiden Klauen eine Art Leine und von dieser Leine hing ein rundes Stück Metall wie eine Schlittenschelle herab. Der Vogel richtete seine wilden, gelben Augen auf mich, hielt dann inne und vergrub den gebogenen Schnabel in seinem Opfer. Im selben Moment hörte ich eilige Schritte auf der Heide und ein Mädchen sprang ins Dickicht weiter vorn. Ohne mich anzusehen, ging sie zum Falken, schob ihren Handschuh unter seine Brust und hob ihn von der Beute. Dann stülpte sie im Gewand eine kleine Haube über den Kopf und während sie den Vogel auf ihrem Handschuh hochhielt, beugte sie sich vor, um den Hasen aufzuheben. Sie wickelte ein Band um die Läufe des Tieres und befestigte das Ende des Riemens an ihrem Gürtel. Dann ging sie auf demselben Weg durchs Dickicht zurück. Als sie an mir vorüberging, lüftete ich meine Mütze und sie zeigte sich dafür mit einer kaum wahrnehmbaren Verbeugung erkenntlich. Ich war derart erstaunt, so voller Bewunderung für die Szene, die sich vor meinen Augen abgespielt hatte, dass mir gar nicht bewusst wurde, dass hierin meine Rettung lag. Doch als sie sich entfernte, fiel mir ein, dass ich ohne weitere Verzögerung wieder zu Worten finden musste, wollte ich nicht die Nacht im windigen Moor verbringen. Bei meinen ersten Worten zögerte sie und als ich auf sie zutrat, glaubte ich, eine Spur von Furcht in ihren schönen Augen zu sehen. Doch nachdem ich demütig von meinem unangenehmen Los berichtet hatte, errütete sie und blickte mich erstaunt an. Ihr kommt gewiss nicht aus Curselec, sagte sie. Ihre süße Stimme hatte keine Spur bretonischen oder eines anderen Akzents, den ich kannte. Und doch lag etwas darin, das ich schon zuvor gehört zu haben schien, etwas Seltsames und Unbeschreibliches wie die Melodie eines alten Liedes. Ich erklärte ihr, dass ich Amerikaner sei und nicht vertraut mit Finisterre, wo ich zu meinem Vergnügen auf die Jagd ging. Ein Amerikaner, wiederholte sie in derselben musikalischen Stimmlage. Ich habe noch nie einen Amerikaner gesehen. Einen Augenblick stand sie still da. Dann sah sie mich an und sagte, auch wenn ihr einen Führer hättet, könntet ihr die ganze Nacht laufen und würdet Curselec dennoch nicht erreichen. Das waren ja schöne Neuigkeiten. Aber, so begann ich, könnte ich doch bloß eine Bauernhütte finden, wo ich Essen und ein Dach überm Kopf bekomme. Der Falke auf ihrem Handgelenk flatterte und schüttelte den Kopf. Das Mädchen strich ihm über den glänzenden Rücken und blickte mich an. Seht euch um, sagte sie sanft. Könnt ihr das Ende dieses Moores erkennen? Schaut nach Norden, Süden, Osten, Westen. Könnt ihr außer Sumpfland und Farn etwas sehen? Nein, sagte ich. Das Moor ist wild und verlassen. Es ist einfach, hierher zu kommen. Doch manchmal gelangen die, welche herkommen, nicht mehr fort. Es gibt hier keine Bauernhütten. Nun, sagte ich, wenn sie mir sagen, in welche Richtung Curselec liegt, werde ich morgen für den Rückweg nicht länger brauchen, als für den Hinweg. Wieder sah sie mich mit einem fast mitleidigen Ausdruck an. Ach, sagte sie, es ist einfach und dauert nur Stunden herzukommen. Wieder zu gehen ist eine andere Sache und dauert vielleicht Jahrhunderte. Ich starrte sie erstaunt an, glaubte aber, sie missverstanden zu haben. Bevor ich dann zum Sprechen kam, nahm sie eine Pfeife von ihrem Gürtel und betätigte sie. Sie raffte ihre plisierten Röcke, hieß mich folgen und bahnte sich elegant ihren Weg durch den Stechginster zu einem flachen Felsen unter dem Farnkraut. Sie werden sofort hier sein, sagte sie, setzte sich auf ein Ende des Felsens und lud mich ein, mich ans andere zu setzen. Setzt euch und ruht euch aus. Ihr seid einen langen Weg gegangen und gewiss erschöpft. Das Abendrot verblich langsam am Himmel und ein einzelner Stern funkelte schwach durch den rosenfarbigen Schleier. Ein langes, schwankendes Dreieck von Wasservögeln schwebte über unseren Häuptern gen Süden und in den Sümpfen um uns herum riefen die Kiebitze. Sie sind wunderschön, diese Moore, sagte sie leise. Schön, aber grausam zu Fremden, entgegnete ich. Schön und grausam, wiederholte sie träumerisch. Schön und grausam. Wie eine Frau, sagte ich dümmlicherweise. Oh, rief sie mit angehaltenem Atem und sah mich an. Ihre dunklen Augen begegneten meinen und sie schien mir zornig oder verängstigt zu sein. Wie eine Frau, wiederholte sie flüsternd. Wie grausam, so etwas zu sagen. Dann nach einer Pause, als würde sie mit sich selbst reden. Wie grausam, von ihm so etwas zu sagen. Ich weiß nicht, welche Entschuldigung ich für meine alberne, wenn gleich harmlose, Bemerkung vorbrachte, aber ich weiß, dass sie mir so bekümmert darüber schien, dass ich nachdachte, ob ich nicht unwissentlich etwas sehr Schreckliches gesagt hatte und ich erinnerte mich mit den Sätzen der Gruben und Fallstricke, welche das Französische für Ausländer bereithält. Während ich mir vorzustellen versuchte, was ich wohl gesagt hatte, drang der Klang von Stimmen übers Moor und das Mädchen erhob sich. Nein, sagte sie mit einem Anflug eines Lächelns auf ihrem blassen Gesicht, ich werde eure Entschuldigung nicht annehmen, sondern euch beweisen, dass ihr euch irrt und das wird meine Rache sein. Seht, hier kommen Hastur und Raoul. Zwei Männer tauchten im Zwielicht auf. Einer hatte sich einen Sack über die Schulter geworfen und der andere trug einen Reif vor sich her, wie ein Kellner ein Tablett. Dieser Reif war mit Riemen an seiner Schulter befestigt und am Rand des Reifens saßen drei Falken mit Haube und Glöckchen. Das Mädchen ging zu dem Falkner und setzte mit einer raschen Bewegung des Handgelenks seinen Falken auf den Reif, wo er sich schnell zwischen seine Gefährten drängte, die ihre verhüllten Köpfe schüttelten und ihre Federn sträubten, bis die Glöckchen wieder klingelten. Der andere Mann trat vor, verbeugte sich ehrerbietig und nahm den Hasen, um ihn in die Jagdtasche zu stecken. Das sind meine Aufseher, sagte das Mädchen und wandte sich mir mit sanfter Würde zu. Raoul ist ein guter Falkner und eines Tages werde ich einen Grand Veneur aus ihm machen. Hastur ist unvergleichlich. Die beiden stummen Männer grüßten mich respektvoll. Habe ich euch nicht gesagt, Monsieur, dass ich euer Unrecht beweisen werde? fuhr sie fort. Dies ist meine Rache. Er weist mir die Gefälligkeit und nimmt in meinem Haus Kost und Logis in Anspruch. Bevor ich etwas entgegnen konnte, sprach sie mit den Falknern, die sogleich über die Heide zurückgingen, und mit einer anmutigen Gäste in meine Richtung folgte sie ihnen. Ich weiß nicht, ob ich ihr begreiflich machte, wie zutiefst dankbar ich ihr war, doch sie schien mir freudig zu lauschen, als wir über die taube deckte Heide schritten. Seid ihr denn nicht erschöpft? fragte sie. Ich hatte in ihrer Gegenwart meine Erschöpfung völlig vergessen, und das sagte ich ihr auch. Haltet ihr eure Schmeichelein denn nicht für ein wenig altmodisch? fragte sie, und als ich sie verwirrt und gedemütigt ansah, fügte sie leise hinzu. Oh, ich mag das. Ich mag alles Altmodische, und es ist eine Wonne, euch so schöne Dinge sagen zu hören. Das Sumpfland um uns herum war nun sehr still unter dem gespenstischen Nebelschleier. Die Kiebitze hatten ihr Rufen beendet, die Grillen und alle kleinen Wesen der Felder verstummten, als wir vorübergingen, doch mir schien, als würden sie wieder anfangen, nachdem wir sie lange passiert hatten. Ein gutes Stück vor uns streiften die beiden hochgewachsenen Falkner über die Heide, und das schwache Klingeln der Falkenglöckchen drang gedämpft und murmelnd an unsere Ohren. Plötzlich sprang ein herrlicher Jagdhund aus dem Nebel vor uns, gefolgt von einem weiteren und noch einem, bis ein halbes Dutzend oder mehr um das Mädchen neben mir auf- und abhüpften. Sie streichelte und beruhigte sie mit ihren behandschuhten Händen und sprach sie mit altmodischen Worten an, derer ich mich aus altfranzösischen Manuskripten entsinnen konnte. Dann fingen die auf dem Reif getragenen Falken an, mit den Flügeln zu schlagen und zu kreischen, und von irgendwoher außerhalb unserer Sichtweite erscholl ein Jagdhorn übers Moor. Die Hunde sprangen davon und verschwanden im Zwielicht. Die Falken flatterten und kreischten auf ihrem Reif, und das Mädchen nahm die Melodie des Horns auf und begann zu summen. Klar und zarter klang ihre Stimme in der Nachtluft. Chasseur, Chasseur, chassé son corps, quitté Rosette et j'entends, Tonton, Tonton, Tantin, Tonton, ou pour rabattre de l'aurore, que les amours soient de plantons, Tonton, Tantin, Tonton. Als ich ihrer lieblichen Stimme lauschte, tauchte vor uns eine graue Masse auf, die rasch deutlichere Züge annahm, und das Horn übertönte frohlockend den Lärm der Hunde und Falken. Eine Fackel loderte an einem Tor, Licht strömte durch eine sich öffnende Tür, und wir schritten über eine Holzbrücke, die unter unseren Füßen zitterte, und sich knarrend und aufbäumend hinter uns erhob, als wir den Graben passierten und einen kleinen Hof betraten, zu dessen Seiten Steinwände standen. Aus einer offenen Tür trat ein Mann, verbeugte sich zum Gruße und reichte dem Mädchen neben mir einen Becher. Sie nahm den Becher und berührte ihn mit den Lippen, wandte sich dann mir zu und sagte mit leiser Stimme, Ich heiße euch willkommen. In diesem Augenblick kam einer der Falkner mit einem weiteren Becher, doch bevor er mir diesen überreichte, gab er ihn dem Mädchen, das davon kostete. Der Falkner machte eine Geste, den Becher an sich zu nehmen, doch sie zögerte einen Moment lang und trat dann vor, um mir den Becher mit eigenen Händen darzureichen. Ich spürte, dies war ein Akt außerordentlicher Großzügigkeit, wusste jedoch kaum, was man nun von mir erwartete, weshalb ich den Becher nicht sofort an die Lippen führte. Das Mädchen wurde scharlachrot, ich sah, dass ich rasch handeln musste. Mademoiselle, stammelte ich, ein Fremder, den sie vor Gefahren gerettet haben, die er wohl nie erkannt hätte, lehrt diesen Becher auf das Wohl der edelsten und schönsten Gastgeberin Frankreichs. Im Namen des Herrn, murmelte sie und bekreuzigte sich, als ich den Becher austrank. Dann schritt sie über die Schwelle, wandte sich mir mit einer hübschen Geste zu und nahm mich an der Hand, um mich ins Haus zu führen, wobei sie wieder und wieder sagte, ihr seid mir sehr willkommen, ja wirklich, ihr seid herzlich willkommen auf dem Chateau Dies. Am nächsten Morgen erwachte ich mit der Musik des Horns in den Ohren und sprang aus dem antiken Bett und begab mich zu einem verhangenen Fenster, wo das Sonnenlicht durch kleine, tief eingelassene Scheiben drang. Das Horn verstummte, als ich hinab in den Hof blickte. Ein Mann, welcher der Bruder der beiden Falkner von letzter Nacht hätte sein können, stand inmitten einer Jagdhundemeute. Ein gekrümmtes Horn war über seine Schulter geschnallt und in der Hand hielt er eine lange Peitsche. Die Hunde winselten und kläfften und tanzten erwartungsfroh um ihn herum. Zudem hörte man das Stampfen von Pferden in dem geschlossenen Hof. Aufsitzen, rief eine Stimme auf Bretonisch und unter Hufgetrappel ritten die beiden Falkner mit ihren Vögeln auf den Handgelenken zwischen die Hunde auf den Hof. Dann hörte ich eine andere Stimme, die das Blut in meinem Herz klopfen ließ. Pirio Louis treibt die Hunde nur gut an und spart weder mit Sporen noch mit der Peitsche. Du Raoul und du Gaston achtet darauf, dass der Ipervier sich nicht als Nier erweist und wenn ihr es für richtig erachtet, fête courtoisie à l'oiseau. Fardiné en l'oiseau wie den Mouet dort auf Hastures Handgelenk ist nicht schwer, doch du Raoul magst es vielleicht nicht so leicht finden, jenen Agar zu beherrschen. Zweimal letzte Woche schäumte er Auviv und verlor die Becate, obgleich er doch an die Lörr gewöhnt ist. Der Vogel führt sich wie ein dummer Branchier auf. Petre, on a garden passiv facile. Träumte ich? Die alte Sprache der Falkenjagd, die ich in vergilbten Handschriften gelesen, das vergessene Altfranzösisch des Mittelalters erklang mir in den Ohren, während die Hunde bellten und Falkenglöckchen das Stampfen der Pferde begleiteten. Wieder sprach sie in jener süßen, vergessenen Sprache. Wenn du lieber die Lounge festmachst und deinen Argardo Block lässt, Raoul, werde ich nichts dagegen sagen, denn es wäre ein Jammer, einen so schönen Jagdtag mit einem schlecht abgerichteten Sort zu verderben. Esime ABC, es ist womöglich das Beste. Salut, Dona Raderen. Ich war vielleicht vorschnell mit dem Vogel. Es dauert seine Zeit à la filière und die Übungen des K zu bestehen. Dann verbeugte sich der Falkner Raoul in seinen Steigbügeln und erwiderte, wenn es dem Fräulein Vergnügen bereitet, werde ich den Falken behalten. Es ist mein Wunsch, antwortete sie. Die Falknerei kenne ich, doch wirst du mir noch viele Stunden in Notour-Sarie erteilen müssen, mein armer Raoul. Sieur Pirou-Louis sitzt auf. Der Jäger sprang in einen Torbogen und kehrte einen Augenblick darauf zurück, um auf einen kräftigen Rappen zu steigen, gefolgt von einem ebenfalls berittenen Piqueur. Ah, rief sie freudig. Rasch, Glemmererik René, rasch, rasch, allesamt. Lass das Horn erschallen, Sieur Pirou. Die selbrige Musik des Jagdhorns erfüllte den Hof. Die Hunde preschten durch den Torweg und galoppierende Hufe stürmten aus dem gepflasterten Hof. Zuerst laut auf die Zugbrücke und plötzlich gedämpft, um sich dann im Heidegras und Farnkraut der Moore zu verlieren. Immer weiter entfernt erscholl das Horn, bis es so schwach wurde, dass der plötzlich anschwellende Gesang einer sich erhebenden Lerche es in meinen Ohren übertönte. Ich hörte die Stimme unten auf einen Ruf aus dem Hause antworten, »Ich bedauere es nicht, die Jagd zu verpassen. Ich werde ein andermal mitreiten. Höflichkeit dem Fremden gegenüber, Pelagie? Vergiss das nicht!« Und eine schwache Stimme drang zitternd aus dem Haus. Courtoisie. Ich entkleidete mich und wusch mich von Kopf bis Fuß in der gewaltigen, irdenen Schüssel voller Eiswasser, welche am Fußende meines Bettes auf dem steinernen Fußboden stand. Dann suchte ich nach meiner Kleidung. Sie war fort, doch auf einer Sitzbank neben der Tür lag ein Haufen Gewänder, die ich verwundert betrachtete. Da meine Kleider verschwunden waren, sah ich mich gezwungen, das Kostüm anzulegen, das man mir offensichtlich für die Zeit bereitgestellt hatte, da meine eigene Kleidung trocknete. Alles war dabei, Mütze, Schuhwerk und ein Jagdwams aus silbergrauem Streichgarn. Doch das eng anliegende Gewand und die saumlosen Schuhe stammten aus einem anderen Jahrhundert und ich entsann mich der sonderbaren Kleidung der drei Falkner im Hof. Ich war mir sicher, dies war nicht die zeitgenössische Tracht irgendeines Teils von Frankreich oder der Bretagne. Doch erst als ich angekleidet vor einem Spiegel zwischen den Fenstern stand, bemerkte ich, dass ich mehr wie ein junger Jäger des Mittelalters gekleidet war, denn wie ein Bretone von heute. Ich zögerte und nahm die Mütze ab. Sollte ich wirklich hinuntergehen und mich in dieser merkwürdigen Aufmachung zeigen? Es schien keine andere Wahl zu geben. Meine eigene Kleidung war fort und es gab in dem alten Gemach keine Klingel, um einen Dienstboten herbeizurufen. Also gab ich mich damit zufrieden, eine kurze Falkenfeder von der Mütze zu entfernen, dann öffnete ich die Tür und ging hinunter. Am Kamin, in dem großen Raum am Fuß der Treppe, saß eine alte Bretonin an einem Spinnerad. Sie sah auf, als ich kam und wünschte mir mit offenem Lächeln auf Bretonisch Gesundheit, worauf ich lachend auf Französisch antwortete. Im gleichen Augenblick erschien meine Gastgeberin und erwiderte meinen Gruß mit einer Anmut und Würde, die mein Herz schneller schlagen ließ. Ihr liebliches Haupt mit dem dunkel gelockten Haar war gekrönt mit einer Haube, die jeden Zweifel über die Epoche meines Gewandes ausräumte. Ihre schlanke Gestalt wurde von dem Jagdkleid aus Streichgarn mit Silbersaum auf köstliche Weise unterstrichen und auf dem von einem Panzerhandschuh bedeckten Handgelenk trug sie einen ihrer zahmen Falken. Mit schlichter Selbstverständlichkeit nahm sie mich an der Hand und führte mich in den Hofgarten. Sie ließ sich an einem Tisch nieder und lud mich äußerst freundlich ein, neben ihr Platz zu nehmen. Dann fragte sie mich in ihrem sanften, altmodischen Akzent, wie ich die Nacht verbracht habe und ob mir die Kleidung sehr unangenehm sei, welche die alte Pelagie für mich bereitgelegt hatte, während ich schlief. Ich blickte auf meine eigenen Kleider und Schuhe, die auf der Gartenmauer in der Sonne trockneten, und verabscheute sie. Wie grässlich sie doch wirkten im Vergleich mit dem anmutigen Gewand, das ich nun trug. Lachend sagte ich ihr das, doch sie stimmte mir sehr ernsthaft zu. Wir werden sie wegwerfen, sagte sie mit leiser Stimme. In meinem Erstaunen versuchte ich ihr zu erklären, dass es mir nicht nur undenkbar sei, von jemandem Kleider als Geschenk anzunehmen, wenngleich dies ein gastfreundlicher Brauch in diesem Teil des Landes sein mochte, sondern dass ich zudem eine unmögliche Figur abgebe, kehrte ich derart gekleidet nach Frankreich zurück. Sie lachte, warf ihren hübschen Kopf zurück und sagte etwas auf Altfranzösisch, das ich nicht verstand. Und dann trottete Pelagie mit einem Tablett heran, auf dem zwei Schüsseln Milch, ein Leib Weißbrot, eine Platte mit einer Honigwabe und ein Krug tiefroten Weins standen. Ihr seht, ich habe mein Fasten noch nicht gebrochen, weil ich gerne mit euch speisen wollte, doch ich bin sehr hungrig, lachte sie. Lieber stürbe ich, als ein Wort zu vergessen, das sie gesagt haben, platzte ich mit brennenden Wangen heraus. Sie wird mich für verrückt halten, fügte ich in Gedanken hinzu, doch sie wandte sich mir mit funkelnden Augen zu. Ach, mummelte sie, dann kennt der Herr doch alle Regeln der Ritterlichkeit. Sie bekreuzigte sich und brach das Brot. Ich saß da und beobachtete ihre weißen Hände und wagte es nicht, ihrem Blick zu begegnen. Möchtet ihr nicht speisen? fragte sie. weshalb seht ihr so bekümmert aus? Ach, weshalb? Ich wusste es nun. Ich wusste, ich würde mein Leben geben, um jene rosigen Handflächen mit den Lippen zu berühren. Ich verstand nun, dass ich sie von dem Moment an, da ich letzte Nacht im Moor in ihre dunklen Augen geblickt, geliebt hatte. Meine große und plötzliche Leidenschaft ließ mich verstummen. Seid ihr krank? fragte sie wieder. Dann antwortete ich wie ein Mann, der sein eigenes Urteil spricht mit leiser Stimme. Ja, ich bin krank, vor Liebe zu euch. Und als sie sich weder rührte noch antwortete, bewegte dieselbe Macht meine Lippen gegen meinen Willen und ich sprach. Ich, der ich auch nur eines flüchtigen Gedankens von euch unwürdig bin, der ich eure Gastfreundschaft schände und eure edelmütige Gefälligkeit mit vermesserner Kühnheit entlohne. Ich liebe euch. Sie legte das Haupt in die Hände und antwortete sanft. Ich liebe euch. Eure Worte sind mir kostbar. Ich liebe euch. Dann werde ich eure Gunst gewinnen. Gewinnt meine Gunst, erwiderte sie. Doch die ganze Zeit über war ich stumm gewesen, mein Gesicht ihr zugewandt. Auch sie saß mir schweigend gegenüber, das liebliche Gesicht in ihrer Handfläche, und als sie mir in die Augen blickte, wusste ich, dass weder sie noch ich in der Menschensprache gesprochen, sondern dass ihre Seele der Meinen geantwortet hatte und ich richtete mich auf und fühlte Jugend und frohe Liebe durch all meine Adernströmen. Sie mit heller Farbe im lieblichen Gesicht schien aus einem Traum erwacht und ihre Augen suchten die Meinen mit fragendem Blick, der mich vor Wonne erbeben ließ. Wir nahmen das Frühstück ein und sprachen von uns. Ich sagte ihr meinen Namen und sie mir den ihren, Jungfer Jeanne Dies. Sie sprach vom Tod ihres Vaters und ihrer Mutter und darüber, wie sie ihre neunzehn Lebensjahre auf dem kleinen, befestigten Gehüft zugebracht hatte, allein mit ihrer amme Pelagie, dem Piqueur Glamarec René und den vier Falknern Raoul, Gaston, Hastur und dem Sieur Piriou-Louis, der schon ihrem Vater gedient hatte. Sie hatte das Sumpfland nie verlassen, hatte noch nie eine Menschenseele außer den Falknern und Pelagie gesehen. Sie wusste nicht, woher sie Körselec kannte, vielleicht hatten die Falkner davon gesprochen. Von ihrer amme Pelagie kannte sie die Legenden vom Loup-Garou und von Jeanne de la Flamme. Sie stickte und sporn Flachs. Ihre Falken und Hunde waren ihre einzige Ablenkung. Als sie mir im Moor begegnet war, sei sie so verängstigt gewesen, dass sie beim Klang meiner Stimme fast die Besinnung verloren habe. Sie hatte natürlich von den Klippen aus die Schiffe auf dem Meer gesehen, doch so weit das Auge reichte, waren die Moore, über die sie hinwegritt, bar jeder Spur menschlichen Lebens gewesen. Es gab eine Legende, welche die alte Pelagie erzählte, dass alle, die sich im unerforschten Moorland verliefen, nie wieder herauskämen, weil die Moore verflucht seien. Sie wusste nicht, ob dies der Wahrheit entsprach. Sie hatte nie darüber nachgedacht, bis sie mir begegnete. Sie wusste nicht, ob die Falkner je draußen gewesen waren oder ob sie es konnten, so sie es versuchten. Die Bücher im Haus, in denen zu lesen, die amme Pelagie sie gelehrt hatte, waren Hunderte von Jahren alt. All dies erzählte sie mir mit einem reizenden Ernst, dem man sonst nur bei Kindern begegnet. Meine Namen konnte sie leicht aussprechen, und weil mein Vorname Philipp lautete, beharrte sie darauf, ich müsse französischer Abstammung sein. Sie schien nicht neugierig zu sein, etwas über die Außenwelt zu erfahren, und ich dachte, vielleicht befürchtete sie, sie würde ihr Interesse an und ihre Achtung vor den Geschichten ihrer Amme verlieren. Wir saßen noch immer am Tisch, und sie warf den kleinen Feldvögeln Trauben zu, die ohne Furcht bis zu unseren Füßen kamen. Ich begann auf unbestimmte Weise von Abschied zu reden, doch sie wollte nichts davon hören, und bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte ich auch schon versprochen, eine Woche zu bleiben und ihnen bei der Falkenjagd Gesellschaft zu leisten. Ich erhielt auch die Erlaubnis von Körselek aus, wiederzukommen und sie nach meiner Rückkehr zu besuchen. Nun, sagte sie unschuldig, ich wüsste nicht, was ich tun würde, käme dir nicht zurück. Und ich, in dem Wissen, dass ich nicht das Recht hatte, sie mit der plötzlichen Erschütterung meines Liebesbekenntnisses zu erwecken, saß stumm da und wagte kaum zu atmen. Werdet ihr häufig kommen? fragte sie. Sehr häufig, sagte ich. Jeden Tag? Jeden Tag. Oh, seufzte sie. Ich bin sehr glücklich. Kommt und seht euch meine Falken an. Sie erhob sich und ergriff erneut meine Hand mit einer kindlich unschuldigen Besitznahme und wir gingen durch den Garten und die Obstbäume zu einer Grasweide, die von einem Bächlein umkränzt wurde. Über den Rasen waren fünfzehn oder zwanzig Baumstümpfe verstreut, teilweise vom Gras verborgen und bis auf zwei saßen auf allen Falken. Sie waren mit Riemen an den Stümpfen festgebunden und diese Riemen wiederum waren knapp über den Krall mit Stahlnieten an ihren Beinen befestigt. Ein kleiner Strom reinen Quellwassersfloss gewunden in unmittelbarer Nähe an jeder Sitzstange vorbei. Die Vögel brachen in Geschrei aus, als das Mädchen erschien, doch sie schritt von einem zum anderen, liebkoste manche, nahm andere einen Augenblick lang auf ihr Handgelenk oder beugte sich vor, um ihre Fußriemen einzurichten. Sind sie nicht äußerst schön? fragte sie. Seht, hier ist ein Turmfalke. Wir nennen ihn Unedel, da er die Beute direkt schlägt. Dies hier ist ein Blaufalke. In der Falknersprache bezeichnet man ihn als Edel, weil er sich über der Beute erhebt, darüber kreist und von oben herabstürzt. Dieser weiße Vogel hier ist ein Gärfalke aus dem Norden. Auch er ist Edel. Hier ist ein Zwergfalke und dieser Terzel ist ein Taubenstößer. Ich fragte sie, wie sie die alte Sprache der Falknerei erlernt habe. Sie konnte sich nicht daran erinnern, glaubte jedoch, ihr Vater müsse sie ihr beigebracht haben, als sie noch sehr jung war. Dann führte sie mich fort und zeigte mir die jungen Falken, die noch im Nest waren. In der Falknerei nennt man sie Nier, erläuterte sie. Ein Branchier ist der junge Vogel, der gerade das Nest verlassen und von Ast zu Ast hüpfen kann. Einen Jungvogel, der noch nicht in der Mauser war, bezeichnet man als Zorr, und ein Moet ist ein Falke, der sich in der Gefangenschaft gemausert hat. Fangen wir einen Wildfalken, der sein Gefieder bereits gewechselt hat, so nennen wir ihn Agar. Raoul hat mich gelehrt, wie man einen Falken abrichtet. Soll ich euch zeigen, wie man das macht? Sie ließ sich am Ufer des Bachs zwischen den Falken nieder, und ich setzte mich zu ihren Füßen hin und lauschte ihr. Dann hielt die Jungfer dies einen rosigen Finger hoch und fing sehr feierlich an. Zuerst muss man den Falken fangen. Ich bin bereits gefangen, antwortete ich. Sie lachte sehr hübsch und sagte mir, meine Dressage würde sich wohl schwierig gestalten, da ich edel sei. Ich bin schon zarm, entgegnete ich, fest gebunden und mit Glöckchen versehen. Sie lachte erfreut. Oh, mein tapferer Falke, dann wirst du also auf meinen Ruf hin zurückkehren? Ich bin dein, antwortete ich voller Ernst. Einen Augenblick lang schwieg sie still. Dann wurden ihre Wangen noch röter und sie erhob erneut ihren Finger und sprach, Hör zu, ich möchte von der Falknerei reden. Ich höre Gräfin Jeanne dies. Doch wieder versank sie in Träumerei und ihre Augen schienen auf etwas jenseits der Sommerwolken gerichtet zu sein. Philippe, sagte sie endlich. Jeanne, flüsterte ich. Das ist alles, das ist, was ich mir immer wünschte, seufzte sie. Philippe und Jeanne. Sie hielt mir die Hand hin und ich berührte sie mit den Lippen. Gewinn meine Gunst, sagte sie, doch dieses Mal sprachen sowohl der Leib als auch die Seele. Nach Nach einer Weile begann sie erneut. Lass uns von der Falknerei reden. So fang an, erwiderte ich. Den Falken haben wir bereits gefangen. Dann nahm Jeanne dies meine Hand in die ihren und erzählte mir, wie man mit unendlicher Geduld dem jungen Falken beibringe, auf dem Handgelenk zu sitzen, wie er sich nach und nach an die Riemen mit den Glöckchen und den Schaperoner Cornett bringere ich allmählich ihr Futter, das man in der Falkner Sprache Pat nennt. Wenn sie wie diese Vögel hier viele Nächte au bloc verbracht haben, bringe ich den Agar dazu, ruhig auf dem Handgelenk zu sitzen und dann ist der Vogel bereit zu lernen, sein Futter zu holen. Ich binde die Pat ans Ende eines Riemens oder Lörr und bringe dem Vogel Boden. Nach kurzer Zeit wird er lernen, die Lörr zu packen, noch während ich sie über dem Kopf schwinge oder über den Boden ziehe. Danach ist es ein leichtes dem Falken beizubringen, Beute zu schlagen, wobei man stets an eines denken muss, faire courtoisie à l'oiseau. Das heißt, man gestattet dem Vogel von der Beute zu kosten. Ein Aufschrei von einem Vögeln und schrie. Was ist bloß los? fragte sie. Philipp, siehst du etwas? Ich blickte mich um und sah zunächst nichts, was die Unruhe verursacht haben konnte, die nun vom Schreien und Flattern aller Vögel verstärkt wurde. Dann fiel mein Blick auf den flachen Fels neben dem Bach, auf welchem das Mädchen gesessen hatte. Eine graue Schlange bewegte sich langsam über die Steinoberfläche und die Augen in dem flachen dreieckigen Kopf glänzten schwarz wie Pech. Eine Couleur sagte sie leise. Sie ist harmlos nicht wahr? fragte ich. Sie wies auf die schwarze V-förmige Zeichnung auf dem Nacken. Sie bringt den sicheren Tod sagte sie. Es ist eine Giftschlange. Wir sahen dem Reptil zu, wie es langsam über den glatten Fels zu der Stelle glitt, wo das Sonnenlicht einen breiten warmen Fleck bildete. Ich machte einen Schritt nach vorn, um es zu untersuchen. Doch sie ergriff mich am Arm und rief »Nicht Philipp, ich habe Angst! Um mich? Um dich, Philipp, ich liebe dich!« Da nahm ich sie in den Arm und küsste sie auf den Mund. Doch ich konnte nur sagen Jeanne, und als sie bebend an meiner Brust lag, berührte etwas unten im Gras meinen Fuß, doch ich achtete nicht darauf. Dann berührte erneut etwas meinen Knöchel und ein heftiger Schmerz durchfuhr mich. Ich sah in das liebliche Antlitz der Jeanne dies und küsste sie und mit aller Kraft hob ich sie hoch und warf sie von mir. Dann bückte ich mich, riss die noch, dass ich mich schwach und benommen fühlte. Ich weiß noch, dass ich zu Boden fiel. Durch meine allmählich glasig werdenden Augen sah ich Jeannes weißes Gesicht, das sich über das Meinen neigte und als das Licht erlosch spürte ich noch immer ihre Arme um meinen Hals und ihre sanfte Wange an meinen schmerz verzerrten Lippen. Als ich die Augen öffnete Fels, ich sah die zerschmetterte Viper im Gras neben mir, doch die Falken und die Blocks waren verschwunden. Der Garten, die Obstbäume, die Zugbrücke und der ummauerte Hof waren fort. Ich starrte stumpfsinnig auf einen Haufen verfallener Ruinen, efeu bewachsen und grau, durch die hohe Bäume sich ihren Weg gebahnt hatten. Ich koch vorwärts, zog meinen Taubenfuß hinter mir her und währenddessen erhob sich ein Falke aus einer Baumkrone über den Ruinen und flog in immer enger werdenden Kreisen gen Himmel, bis er in den Wolken immer kleiner wurde und verschwand. Jeanne, Jeanne, rief ich, doch die Worte erstarben mir auf den Lippen und ich sank in den Gräsern auf die Knie. Und wie es Gott gefiel kniete ich Ich sah das leidvolle Antlitz der Jungfrau in den kalten Stein gemeißelt. Ich sah das Kreuz und die Dornen zu ihren Füßen und darunter las ich Betet für die Seele der Jungfer Jeanne Dies, die in der Blüte ihrer Jugend starb, aus Liebe zu Philipp, einem Fremden, im Jahre des Herrn 1573. Doch auf der eisigen Steinplatte lag der noch warme und duftende Handschuh einer Frau.